Prof. Dr. Axel Winkelmann von Universität Würzburg hat auf einer unserer Veranstaltungen mal so schön gesagt, Tradition ist kein Geschäftsmodell. Man kann festhalten, dass wir uns in der vierten industriellen Revolution befinden. Die Digitalisierung und das Internet, das ist schon lange kein Trend mehr, sondern Realität. Das veranschaulicht auch der Dow Jones Index ziemlich gut. Weil wenn wir diesen Index aus den 1920er, 30er Jahren, also rund um die Weltwirtschaftskrise, uns mal anschauen und den mit dem heutigen Index vergleichen, stellen wir fest, dass die Masse der Unternehmen dort gar nicht mehr gelistet ist. Das mögen jetzt alles große amerikanische Konzerne gewesen sein, aber im Endeffekt waren das alle Firmen, die eine lange Tradition hatten, bevor sie dann vom Markt verschwunden sind. Und auch wenn wir uns den deutschen Mittelstand ansehen, haben wir viele Firmen mit einer langen Tradition. Jetzt ist im Endeffekt doch jedes Unternehmen von dieser digitalen Revolution bedroht, aber es hat auch jedes Unternehmen die Chance, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, zu ergreifen. Um Patricks Worte noch einmal mit einem Beispiel zu verdeutlichen, können wir uns den Versandhandel anschauen. Dort gibt es oder gab es in Deutschland zwei große Unternehmen. Einmal Quelle und einmal Otto. Beide Unternehmen haben jahrelang, jahrzehntelang aus einem Versandhandel herausgearbeitet und haben diese dicken Kataloge verschickt, wo man dann quasi anrufen konnte, um seine Artikel zu kaufen. Quelle ist bei diesem Geschäftsmodell geblieben und hat die sich anbahne Digitalisierung und das Internet unterschätzt. Otto hingegen hat sich von deren Fialen gelöst und hat eben voll auf das Online- und Internetgeschäft gesetzt, was zufolge hatte, dass Quelle eben insolvent gegangen ist und Otto die Chance hatte, Teile von Quelle sogar aufzukaufen und sich eben heute als einer der größten Versandhändler zu etablieren. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wie Sie die Chancen der Digitalisierung für Ihr momentanes Geschäftsmodell nutzen können? Sehen Sie sich dazu gerne unsere weiteren Videos an, um zu erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen erfolgreich ganzheitlich digitalisieren können. Dimension Info Verteidigung 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 Untertitelung des ZDF, 2020